Hi Leute, Pyromod ist wieder am Start. Heute im Test die Veko Granat, eine 13 Schussbatterie im Kaliber 10 Millimeter. Diese Batterie hatte ich von Lidl gekauft und zwar war sie im Sortiment Jevels of the Sky, also Juwelen des Himmels dabei. Ja, ein Juwel ist diese Batterie hier nicht gerade, zudem ist sie noch umgekippt, werdet ihr gleich im Video sehen. Naja, kann man mal zünden, muss man aber nicht. Viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal.